Der Ilio Bullet R2 Pro ist hier und in diesem Video werden wir uns die Maschine ganz genau unter die Lupe nehmen. Wir werden die Maschine auch vergleichen mit dem Ilio Bullet R1 V2. Wir werden die Maschinen, wo es möglich ist, auch öffnen, damit du wirklich einmal im Hintergrund sehen kannst, wie die Maschinen aufgebaut sind und wie sie funktionieren und wo sie sich dann auch im Detail unterscheiden. Was ich nicht machen werde in diesem Video, ist, dass ich auf jede Detailfunktion eingehe, wo sie sich unterscheiden, denn das habe ich bereits sehr ausführlich gemacht. Du findest das in diesem Video hier. Aber was wir auf jeden Fall machen werden am Ende, ist, dass wir auf beiden Maschinen eine Röstung durchführen, damit du auch mal siehst, ob die zusätzliche Leistung, die der R2 Pro hat, sich dann wirklich auch aufs Rösten auswirkt. Ich denke, es wird ein spannendes Video und jetzt legen wir erstmal los und schauen uns die Maschine genau an. Als erstes schauen wir uns die Maschine mal von aussen an, vergleichen mal die Masse und schauen, ob sie noch gleich gross sind oder unterschiedlich gross. Wie du hier auf den ersten Blick sehen kannst, sehen die Maschinen schon mal ziemlich gleich gross aus. Wenn ich jetzt die Rösttrommel messe, dann sehe ich, die hat einen Durchmesser von 25 cm beim R2 Pro und beim R1 V2 genau gleich. Also der Durchmesser der Trommel ist schon mal der gleiche. Und die Höhe der Maschine vom Boden bis zum Rand der Trommel ist 41 cm. Und vom Boden bis zur Oberkante des Panels sind es 45 cm. Und beim R1 V2 sind es 41 cm. Bis zur Spitze des Panels sind es auch 45 cm. Das heisst, mal in der Höhe und in der Breite sind die Maschinen gleich gross. Und jetzt schauen wir uns mal die Rösttrommel an, ob sie in der Länge auch gleich gross ist. Dafür drehen wir die Maschine zur Seite. Wenn wir uns die Rösttrommel anschauen, sehen wir hier 35,5 cm beim R2 Pro und genau das gleiche beim R1 V2. Und auch die Gesamtlänge der Maschine vom Griff bis zum Ende sind hier 60 cm. Und beim R2 Pro sind es 60,5 cm. Der Griff scheint ein klein bisschen länger zu sein, aber grundsätzlich sind die Maschinen etwa gleich gross. Und ich hatte einige Kunden, die den R1 V2 bereits auf einem Wagen installiert haben und deshalb interessiert daran waren, wie die Distanz der Füsse ist. Deshalb schauen wir uns das auch noch im Detail an, ob sich da etwas verändert hat. Wir sehen so Innenkante zu Innenkante sind es 27,5 cm. Und von außen nach außen 34,5 cm. Und auch hier 27,5 cm und 34,5 cm. Das heißt, falls du bereits eine Installation gemacht hast für diese Maschine und upgraden willst auf den R2 Pro, kannst du ganz einfach den R2 Pro in die gleiche Vorgabe reinstellen. Starten wir doch gleich mit der seitlichen Ansicht von der Maschine. Von dieser Seite hier, was wir sehen, beim R1 V2 war der Stromeinlass hier. Auf der linken Seite von vorne gesehen, beim R2 Pro hat sich das geändert. Da ist hier der Anschluss für das Cooling Tray. Wenn wir dann den Anschluss für das Cooling Tray betrachten werden, beim R1 und beim R2, sehen die von außen genau gleich aus. Was aber ein kleiner Unterschied ist, ist, dass hier mehr Leistung drauf ist. Denn das Pro Cooling Tray, welches dann anfangs 2025 nachgeliefert wird, braucht ein bisschen mehr Strom. Beim R2 Pro kann es direkt an diese Buchse angeschlossen werden. Beim R1 V2 wird es an diese Buchse angeschlossen, falls du das Pro Cooling Tray auf dem R1 nutzen möchtest. Du musst dann aber zusätzlich auch noch einen Stromanschluss legen. Das ist eigentlich ziemlich einfach und betrifft einfach die Leute, die den Pro Cooling Tray auf dem R1 verwenden möchten. Ich sehe hier beim R2 Pro auch, dass der ein bisschen grössere Lüftungslöcher hat. Und was man auch sehen kann, ist, dass die Höhe der Abdeckung für das Induktionselement ein bisschen dicker ist, also 5 cm und beim R1 V2, also ungefähr 3 cm. Das hat damit zu tun, dass das gesamte Induktionselement grösser geworden ist. Und das werden wir uns natürlich gleich auch noch im Detail anschauen. Wenn wir uns jetzt die andere Seite der Maschine anschauen, sehen wir beim R1 V2. Dabei war der Anschluss für das Cooling Tray auf der rechten Seite von vorne. Das hat er gewechselt beim R2 Pro. Das ist auf der anderen Seite. Aber hier ist jetzt auf der rechten Seite der Stromanschluss. Und was neu ist, es hat auch einen Einschaltknopf, um die Maschine ein- und auszuschalten. Das haben sich viele Nutzer gewünscht. Jetzt kann es die Maschine immer am Strom lassen und hier ein- und ausschalten. Und muss sie dann nicht vom Strom drinnen abends. Etwas, was man hier an den Füssen sehen kann, ist, dass die Füsse des R2 Pro hier kleine Schlitze haben. Auf der Seite und auch unten. Die Idee hier ist, wenn du die Maschine zum Beispiel mal auf einem Wagen installieren möchtest, das heißt, es gibt viele Leute, die zum Beispiel auf einem Markt damit rösten und es dann auf ihrem Wagen installieren möchten, dann hast du hier eine kleine Vorrichtung, dass du die dann sehr stabil montieren kannst und dann hier auch mit Strauben befestigen kannst. Schauen wir uns die Maschine mal von vorne an, denn da haben sich ein paar Details geändert. Einerseits sehen wir, dass der R2 Pro jetzt mit seinem Führungsblech, mit seinem Bindeflektor kommt. Das ist ein sehr wichtiges Teil, was dann viele Leute beim R1-V2 selbst nachgerüstet haben. Jetzt kommt der direkt aus dem Werk mit diesem Bindeflektor. Ich sehe hier auch, dass der Griff ein bisschen anders ist. Der ist einerseits beim R2 Pro von vorne auf der linken Seite montiert, beim R1-V2 von vorne auf der rechten Seite. Er ist ein bisschen anders designt, das heißt, hier ist es ein dickerer Knopf mit einer dünneren Schiene. Und die Idee dahinter ist, dass der Knopf dadurch weniger heiss wird. Beim R1-V2 konnte der ein bisschen heiss werden, wenn man viel damit geröstet hat. Und das ist jetzt geändert beim R2 Pro. Da bleibt der angenehm, dass man den auch viel besser anfassen kann, wenn man dann viele Röstungen macht und wenn die Maschine heisser wird. Ich sehe auch, dass die Position vom Probenzieher sich ein bisschen geändert hat. Der Probenzieher an sich ist immer noch der gleiche. Beim R1-V2 war er hier gerade montiert. Beim R2 Pro ist er ein bisschen nach aussen montiert. Ich habe das eigentlich noch gemocht beim R1-V2, dass man hier die Tür ein bisschen einrasten kann, um die Bohne rauszulassen. Das ist jetzt hier nicht mehr möglich. Aber der Grund, dass Ailio den Probenzieher ein bisschen nach aussen gelegt hat und den Knopf auf die andere Seite gelegt hat, hat damit hier zu tun. Denn das hier ist das neue LED-Licht. Das werde ich jetzt gleich mal anmachen. Wenn ich dieses Licht jetzt einschalte, sehe ich, wie das sehr schön die Röstkammer hier beleuchtet und die Leuchtkammer sehr hell macht, damit man wirklich die Bohnen auch sehen kann, welche Farbe sie haben. Denn die Farbe der Bohne beim Rösten ist ja der wichtigste Entkleidungsfaktor für die Röstqualität. Deshalb haben die hier so ein gutes Licht eingebaut. Aber damit diese Beleuchtung hier gut rankommt an die Röstkammer, mussten sie die Knöpfe ein klein bisschen verändern. Beim R1 V2 war das Licht ja eigentlich ein aufsteckbares LED-Lichtlein, was davor reingehängt wurde. Hat auch schon gut funktioniert, aber die Beleuchtung beim R2 Pro ist deutlich besser geworden und dadurch wurde das ganze Design vorne ein bisschen umgestaltet. Der Bohne-Einwurf an sich ist dasselbe. Was ich aber hier sehe, ist, dass hier ein kleines Metallstäbchen hinüber geht. Das werden wir uns nachher noch im Detail anschauen, denn das ist der neue Sensor, der den Luftstrom hier in diesem Kanal misst und sicherstellt, dass du immer den gleichen Luftstrom in der Maschine hast. Das ist ja eine der grossen Innovationen bei diesem Gerät, dass wenn die Maschine mal ein bisschen verstopft ist im Filter, der Luftstrom dann nicht geringer wird, sondern die Maschine das erkennt und selbst nachregelt, sodass du einen konstanten Airflow hast in deiner Maschine. Und was sich auch noch sehr stark geändert hat, ist dieses Panel hier. Da hatten wir beim R1 V2 ein LED-Panel, das werden wir uns nachher gleich auch noch im Detail anschauen. Beim R2 Pro haben wir ein Panel mit OLEDs drin und vor allem ist das Panel sehr viel einfacher demontierbar. Du hast hier dahinter den IBTS-Sensor und dieser IBTS-Sensor muss ab und zu gepflegt werden. Dafür gehst du an der anderen Seite der Maschine ran, das werden wir gleich auch zusammen öffnen. Aber es kann auch mal sein, dass hier zum Beispiel der Ventilator ersetzt werden muss oder sogar der ganze IBTS-Sensor. Das war beim R1 V2 auch schon nicht so kompliziert. Hat vielleicht drei Minuten gekostet, das Ganze zu öffnen. Beim R2 Pro ist es deutlich einfacher. Das werde ich euch gleich mal zeigen, wie das funktioniert. Um das Panel hier vorne zu öffnen, benutzen wir das Schraubenzieher-Set, welches mitgeliefert wird mit der Maschine. Dieses kleine Set hier hat sich nicht verändert. Das kriegst du, egal ob du den R1 V2 oder den R2 Pro kaufst, ist auch das Gleiche drin. Wir machen natürlich auch noch ein Detail-Video, wo du sehen wirst, was alles mitgeliefert wird mit der Maschine. Das kommt in ein paar Tagen und findest du dann hier oder auch in der Beschreibung natürlich verlinkt. Der einzige Unterschied ist, dass der Knopf ein bisschen anders ist und dass der R2 Pro einen USB-C-Anschluss hat für den Anschluss an den Computer. Der R1 V2 hatte anfangs noch einen Mini-USB, in den neuen Versionen auch einen USB-C, aber das ist noch eine kleine Änderung. Abgesehen davon ist der Inhalt genau gleich zwischen den beiden Sets. Als erstes entfernen wir beim R1 V2 diese Abdeckung vorne. Und ich sehe hier, dass diese Abdeckung mit dem Mikrofon, was dann die Ankündigung, zum Beispiel der Bullet is now ready or you can charge, gegeben hat. Und dahinter sind dann die Knöpfe für dieses Panel gewesen. Und dann kann ich mit dem kleinen Schraubenzieher hier dieses Panel dann rausschrauben. Und wenn ich die Front hier vorne öffne, sehe ich die Anschlüsse für den Bohnensensor, für den IBTS und dann nachher auch die Verbindung von der Steuerung der Maschine zum Frontpanel. Und wenn ich jetzt noch zum IBTS-Sensor gehen möchte, dann muss ich auch noch die Schrauben hier entfernen, das sind sechs Schrauben. Und dann komme ich dann hinter den IBTS-Sensor. Das Ganze will mich ungefähr fünf Minuten kosten, das ist auch nicht ein Riesenaufwand. Ich zeige aber gleich, wie das beim R2 Pro gehen wird. Und hier hinten siehst du jetzt die Anschlüsse, da siehst du den IBTS-Sensor mit dem Ventilator, der ist eingesteckt. Da kann man mal kontrollieren, ob er perfekt positioniert ist. Der Anschluss für die Bean Probe und dann hier die Verbindung zum Induktionsbord. Wenn ich das Ganze jetzt beim R2 Pro machen möchte, sehe ich, ich habe hier eine Schraube, die ich lösen muss. Und dann kann ich das ganze Panel rausnehmen und habe hier dann den Zugang zum IBTS-Sensor, weil ich den zum Beispiel noch mal warten muss. Und kann dann hier ganz einfach dieses Panel aufstecken und wieder rausnehmen. Das ist auch sehr schön gelöst, wenn man die Maschine zum Beispiel mal dann pflegen muss oder den Service hat. Ich sehe dann auch hier diese Verbindung zu diesem Sensor, welcher den Airflow misst. Und dann nachher auch die Verbindung dann vom IBTS hier hinten dann zum Induktionsbord. Ich weiss nicht, wie es dir jetzt geht, aber ich habe irgendwie Lust, auch das Panel vom R2 Pro mal zu öffnen und zu schauen, wie das im Hintergrund überhaupt aussieht. Ihr seht jetzt hier, da oben ist wohl auch wieder der Anschluss für das Mikrofon. Hier habe ich zwei kleine Löcher für das Mikrofon. Insgesamt habe ich hier mehr Anzeigen für das ganze Gerät, ein bisschen mehr Knöpfe und hier diese OLED-Anzeige, was vor allem auch den Unterschied macht. Das werden wir nachher sehen, welche deutlich mehr Informationen noch rausgibt. Das Ganze sieht sehr aufgeräumt aus und ist sehr schön gelöst von Einio. Ich bin gespannt, wie es hier hinter der Front aussieht, wo die ganzen Sensoren stecken. Die werden wir jetzt öffnen und dafür brauchen wir dann auch noch die Kühlschale. Im Übrigen, die habe ich Ihnen noch gar nicht gezeigt, das hier ist die Kühlschale, die aktuell noch, wir sind jetzt im November 2024, mit beiden Maschinen ausgeliefert wird. Beim R2 Pro gibt es eine spezielle Entwicklung, eine Pro-Kühlschale, die leistungsstärker ist und wo dann auch hier vorne noch eine Öffnung ist, um die Bohren rauszunehmen. Die wird im Q1 2025 kommen und wenn du jetzt den R2 Pro kaufst, also wir sind jetzt Ende 2024, erhältst du ihn noch mit der bisherigen Kühlschale, die auch beim R1 verwendet wird. Wir werden dir aber dann kostenlos die neue Kühlschale nachsenden. Du siehst hier, diese Kühlschale ist relativ einfach konstruiert. Die hat da hinten einen Ventilator, der die Luft rauszieht. Vor dem Ventilator hat es eine kleine Matte, die den Ventilator vor den Schaffs schützt. Und drin ist diese Kühlschale, die ist sehr effektiv, hat sie sehr bewährt. Und einfach jetzt durch die grösseren Mengen, die hier beim R2 Pro gerüstet werden, gibt es dann noch eine leistungsstärkere dazu. Ich nehme die jetzt aber in dem Fall hier als Auflage, wenn ich die Front der Maschine öffne. Und hier starte ich auch wieder mit dem R1 V2 und habe hier diese sechs Schrauben, die ich entferne. Ich kann die Platte jetzt ein bisschen hier reinstellen, dann habe ich guten Zugang zu ihr. Und man sieht, mein R1 V2 wurde ein bisschen genutzt. Den werde ich dann auch bei der Gelegenheit gleich ein bisschen reinigen hier. Du siehst aber, wenn du drauf schaust, einerseits hier die PT Pro, also den Bohnensensor, der hier in der Bewegung der Bohnen ist und die Bohnendirektum ist. Du siehst auch hier den IBDS-Sensor und hier hast du dann auch die Möglichkeit, den IBDS-Sensor zu reinigen. Das ist etwas, was du so zwei-, dreimal im Jahr auf jeden Fall machst, dass der immer sauber ist. Und jetzt schauen wir mal an, wie das Ganze beim R2 Pro aussieht. Das ist natürlich etwas sehr Schönes. Das wusste ich nicht, also die Platte kann man komplett entfernen. Die hängt hier nicht an einem Kabel und dadurch kann man sie natürlich viel, viel besser reinigen. Was ich hier sehe, dass ich hier auch die Bienenprobe habe, also den Sensor für die Bohnen. Ich habe hier auch den IBDS, den ich jetzt natürlich noch deutlich einfacher reinigen kann, weil ich die Platte entfernen kann. Und was ich hier oben sehe, ist ein kleines Röhrchen mit einem Loch hier, was dann den Luftstrom misst. Das ist der neue Sensor, welcher dann misst, wie der Luftstrom hier in dieser Röhre ist und dann sicherstellen kann, dass der Luftstrom automatisch geregelt wird, dass er immer konstant ist. Abgesehen davon sieht man hier die Verbindung von Frontpanel zum Induktionselement, damit die ganze Maschine dann gesteuert wird. Wir können auch gleich diese Gelegenheit nutzen, hier mal in die Front von der Maschine reinzuschauen. Wir sehen hier eine Maschine, die schon eingebrannt wurde und auch schon sehr viel benutzt wurde. Hier sehen wir eine ganz neue Maschine, direkt ab Werk. Die Trommel hier ist eine grosse, schwere Carbon-Stahl-Trommel, die hier dann mit einer Isolation geschützt wird. Und da vorne ist dieses Kugellager, welches dann die Achse hält und mit der Front verbindet, dass die Trommel sehr schön dreht. Man sieht hier auch die verschiedenen Flügel, welche dann sicherstellen, dass die Bohnen kontinuierlich in Bewegung sind. Und ein grosser Unterschied jetzt, weil die Trommel an sich ist genau die gleiche beim R1 und R2 Pro. Hier ist sie schon ziemlich schwarz von den Kaffeeölen, hier ist sie noch ganz silbrig. Sie ist dann jetzt auch geschützt mit Fetten darauf. Aber bevor diese Maschine in Betrieb genommen wird, muss sie dann eingebrannt werden. Das werden wir auch in einem spezifischen Video machen, dass sie wirklich aus so schwarz ist, dass dann diese Kaffeeöle die Trommel eingebrannt haben, die Sensoren gleichmässig messen und vor allem die Maschine dann auch geschützt ist und nicht rostet. Jetzt werden wir die Maschine wieder verschliessen und schauen dann mal an, wie sie hinten aussieht. Dann schauen wir uns mal an, wie die Maschine hinten aussieht. Hier haben wir den Schaff-Kollektor, den wir kennen beim R1 V2. Diese Box mit diesem Filter drin, den wir auch regelmässig reinigen müssen, wo die ganzen Silberhäutchen dann gesammelt werden. Und diese Box hat hier dann noch eine Öffnung, um die Bohnen rauszuwerfen. Schauen wir mal an, wie das beim R2 Pro aussieht. Und da sehen wir, wie gesagt, der gleiche Schaff-Kollektor. Da hat sich also nichts geändert. Und auch hier sieht es noch ziemlich gleich aus. Also der Impeller hier, dieses Lüfterrad, welches den Luftstrom in der Maschine regelt. Hier habe ich dann diese Röhre, durch die der Luftstrom hindurchgezogen wird. Da habe ich das Pulli, also dieses Rad, mit welchem die Trommel angetrieben wird. Und da unten habe ich dann noch diesen kleinen Lüfter für das Induktionselement. Wenn ich das beim R2 Pro anschaue, sehe ich hier, das Lüfterrad ist das gleiche. Falls ich durch diese Röhre schaue, die ist an sich gleich, nur sehe ich dann hinten am anderen Ende der Röhre genau diesen kleinen Sensor, den wir vorher gesehen haben, als die Platte weggenommen war, also dieser kleine Stift, welcher den Luftstrom misst. Der Hulten ist dieses Rad, welches die Trommel antreibt. Ich sehe aber hier, habe ich keinen Ventilator mehr für das Induktionselement. Das heisst, ich gehe davon aus, dass die Lüftung hier ein bisschen anders gelöst ist für das Induktionselement. Das werden wir uns nachher auch noch anschauen. Und jetzt werden wir die Maschine mal drehen. Ich bin gespannt, wie sie hier aussieht beim Motor, ob das gleich gelöst ist oder ob es hier auch noch Unterschiede gibt. Hier sehe ich keine Unterschiede, ausser dass beim Neuen die Platine grün ist und bei meinem Alten schwarz. Aber abgesehen davon sieht alles gleich aus. Vielleicht interessiert dich auch, was man hier sieht. Hier ist nämlich einerseits der Motor, der dann über diese Gummiübersetzung hier die Trommel antreibt. Das heisst, das ist der Motor für die Rösttrommel. Und das hier ist der Motor, welcher dann den Impeller, also dieses Lüfterrad, antreibt. Da unten ist eine kleine Steuerung mit einer Sicherung drauf. Dann schliessen wir das jetzt wieder und werden die Maschine mal von unten anschauen, denn das Induktionselement ist ja auch eine grosse Änderung bei der Maschine. Wenn wir jetzt hier die Maschine von unten anschauen, sehen wir auch den Teil, wo es die grösste Veränderung gab, nämlich das Induktionselement, bevor wir uns das aber anschauen, hier nochmals kurz der Hinweis auf die Füsse. Du siehst jetzt hier hat es einen Schlitz drin und dann hier waren ja diese Löcher. Das hilft dir dann einfach eben, wenn du zum Beispiel die Maschine dann auf einer mobilen Konstruktion montieren möchtest, dass die stabil steht. Wenn wir jetzt aber die Maschine von unten anschauen, sehen wir auf den ersten Blick schon, das Ganze ist ein bisschen höher, ist ein bisschen dicker und hat viel mehr Öffnungen hier, sodass dann wirklich schön mehr Luft reinkommt. Beim R1 waren die Lüftungsschlitze ein bisschen anders angeordnet. Das ist also der Unterschied auf den ersten Blick. Jetzt werden wir diese Abdeckung zusammen öffnen. Was wir jetzt hier sehen, ist die Rückseite des Induktionselements. Die ganzen Induktionsspulen sieht man hier nicht, denn die sind auf der anderen Seite. Falls du dich dafür interessierst, was genau im Hintergrund anders ist bei diesem Induktionselement, respektive wie die Schlaufe anders aufgebaut ist, dann schau dir am besten auch die Videos an. Ilu hat sowohl am Instagram-Kanal als auch auf YouTube da recht viel an Informationen geteilt, wo sie ins Detail reingehen. Also falls dich das interessiert, dann schaut dort mal vorbei. Was wir jetzt mal offensichtlich sehen, ist, dass der Lüfter hier anders platziert ist. Also das ist hier so ein Lüfter, kennt man das ein bisschen auch aus dem Computer, aber relativ gross, relativ leistungsstark. Die Luftöffnung ist dann hier seitlich und ich habe diesen Ventilator hier, während beim R1 V2, das ist auf der Seite, der Lüfter da unten platziert war und dann eigentlich direkt zum Induktionselement geht. Und da sieht man dann darunter auch noch ein bisschen was von den Spulen. Da hinten ist das ganze Setting, also der ganze Aufbau von Induktionselement. Da ich kein Elektrotechniker bin, aber ich weiss, viele von euch sind das und sind sehr tief in diesem Detail drin, werdet ihr wahrscheinlich noch mehr Unterschiede hier erkennen. Aber grundsätzlich ist dann eigentlich der grosse Unterschied auf der anderen Seite die Spule des Induktionselements. Und wir drehen jetzt aber die Maschine wieder und schauen uns gemeinsam mal das Control Panel an. Wenn du dir die beiden Control Panels anschaust, siehst du, die sind eigentlich von der Konstruktion her gleich. Das heisst, die haben diese Funktionsknöpfe F1, F2 mit den Plus-Minus-Tasten. Sie haben auch hier wieder diese Einstellknöpfe, wo man die beiden LED-Anzeigen hier oben und hier unten umschalten kann. Was dann beim R2 Pro noch dazu kommt, ist, dass du nebst der IBTS und der Bodentemperatur dann auch noch den Druck hast, den du anzeigen kannst. Und abgesehen davon ist auch die Logik gleich, dass du hier mit dieser Taste dann durch den Vorheizzyklus, durch den Röstzyklus, durch den Kühlzyklus druckst und du kannst dann auch direkt wieder ins Back-to-Back-Roasting gehen. Die grosse Änderung ist vor allem hier dann beim Bullet R2 Pro, dieses kleine OLED-Display, welches viel mehr Anzeigen hat und viel mehr Funktionen und dir dann beim Röst in Zukunft viel mehr Informationen geben wird. Und auch so ist insgesamt ein leistungsstärkerer Prozessor drin, sodass dann dieses Display viel mehr Möglichkeiten haben wird. Jetzt bei dieser Maschine haben wir noch eine Vorserien-Firmware drauf, deshalb werde ich dir jetzt noch nicht Schritt für Schritt das Ganze durchzeigen. Wir werden auf jeden Fall auch wieder ein Video machen, wo wir dann im Detail den R2 Pro anschauen, für die Leute, die die Maschine kaufen möchten und da werden wir dann mit der finalen Firmware dann alles im Detail dir nochmals zeigen. Aber du siehst, von der Logik und von den Grundfunktionen eher ist es gleich. Der R2 Pro hat einfach noch mehr Informationen, was er dir dann in diesem Bullet Display anzeigen wird. Auch die Software ist die gleiche, also du arbeitest mit Roast Time bei beiden Maschinen, hast dahinter noch die Roast World. Es ist sogar so, dass du R1 Profile direkt auf den R2 Pro übernehmen kannst, damit du ein bisschen die Logik dahinter verstehst. Die Maschinen werden so eingestellt, dass P1 auf beiden Maschinen gleich ist, also P1 bis P9. Bei den Power Settings gibt es genau gleich viel Energie bei beiden Maschinen, die Fan Settings auch, also F1 bis F9, Drum Speed auch. Das heisst, du kannst ein R1 Profil direkt auf den R2 Pro übernehmen. Du nutzt dann hier einfach nicht die zusätzlichen fünf Leistungsstufen, die du hast. Also du gehst dann nur bis P9. Falls du die volle Leistung dieser Maschine nutzen möchtest, dann musst du eigene Profile entwickeln, die dann bis P14 hochgehen. Umgekehrt, ein R2 Pro Profil kannst du zwar auch auf den R1 übernehmen, nur geht er dann mit der Leistung natürlich nicht gleich hoch. Das heisst, alles was hier P10 und darüber ist, wird dann einfach bei der Maschine P9 sein. Das heisst, falls du sehr schnelle Profile auf dem R2 Pro entwickelt hast, dann werden die langsamer auf dem R1, aber umgekehrt wird es sehr gut gehen, dass du R1 Profile auf dem R2 Pro übernimmst. Und jetzt werden wir die beiden Maschinen mal wirklich in live vergleichen, also eine Röstung machen mit voller Ladung, dass wir auch sehen, wie schnell der R1 sich aufheizt und wie schnell der röstet. Und das Gleiche für den R2 Pro, damit wir sehen können, ob diese Leistung wirklich auch etwas ausmacht in der Praxis. Bevor wir das aber machen, müssen wir den R2 Pro einbrennen. Wie das einbrennen geht, werde ich dir dann aber in einem separaten Video zeigen, was du auch auf YouTube finden wirst. Jetzt wird es spannend, denn wir werden jetzt auf beiden Maschinen rösten und vergleichen, wie lange die Röstung geht. Damit wir einen guten Vergleichswert haben, machen wir das gleiche Profil bei beiden Maschinen. Wir werden beide Maschinen auf 310 Grad IBTS vorheizen, dann die maximale Menge an Bohnen nehmen, also 1,2 Kilo beim R2 Pro und 1 Kilo beim R1 V2. Wir werden dann mit Trommelgeschwindigkeit 9, Fan Speed 3 und dem maximalen Power Setting, also das ist dann P9 beim R1 V2 und P14 beim R2 Pro, rösten, bis wir 200 Grad IBTS erreicht haben. Dann nehme ich drei Stufen zurück. Das wird dann P6 sein beim R1 V2 und P11 beim R2 Pro und werde weiter rösten, bis 210 Grad IBTS, die Röstung beenden und dann back-to-back wieder vorheizen auf 310 Grad IBTS, denn das sind die relevanten Daten für dich. Da siehst du dann, wie schnell die Maschine braucht zum Eifheizen, wie schnell sie braucht, bis First Crack erreicht ist, bis die gesamte Röstung durch ist und wie schnell sie dann auch wieder braucht für die nächste Röstung, um sich vorzuheizen. Wir werden mit dem R1 V2 starten und den jetzt auf 310 Grad IBTS vorheizen. Also ich stelle jetzt hier den R1 V2 auf 310 Grad IBTS vor und lege los. Das Vorheizen beim R1 V2 läuft jetzt seit 9 Minuten und wir sind jetzt bei einer IBTS-Temperatur von 227 Grad Celsius. Das Vorheizen beim R1 V2 läuft jetzt seit 13 Minuten und wir sind jetzt bei 285 Grad IBTS angekommen. Das Vorheizen läuft jetzt seit 15 Minuten und 40 Sekunden und jetzt hat der R1 V2 die Vorheiztemperatur von 310 Grad erreicht. Die Maschine ist aber noch nicht bereit zum Rösten, sondern wir lassen sie weiterlaufen, bis das Charge-Zeichen kommt. Das hat damit zu tun, dass die Temperatur in der Maschine noch nicht stabil ist. Die Temperatur wird immer gemessen mit dem IBTS und mit der Beamprobe. Das heisst, du musst ja beim Ilya Bullet immer warten, bis das Charge-Signal kommt, denn dann ist die Maschine stabil auf der Vorheiztemperatur angekommen. Jetzt ist es soweit. Nach 27 Minuten und 40 Sekunden ist der R1 V2 bereit zum Rösten. Ich werde die Maschine jetzt mit einem Kilo Rohkaffee aus Honduras füllen und wir werden dann, wie gesagt, die Trommelgeschwindigkeit aufs Neun, den Ventilator auf drei und die Leistung auf die höchste Stufe stellen. Wir sind jetzt zweieinhalb Minuten in der Röstung und die IBTS-Temperatur ist bei 140 Grad. Die Seenprobe-Temperatur ist bei 125 Grad Celsius. Wir sind jetzt sieben Minuten am Rösten und der IBTS ist bei 190. Die Beanprobe bei 388 Grad Celsius. Nach 8 Minuten und 4 Sekunden hat die Maschine 200 Grad IBTS erreicht und ich gehe auf P6. Und jetzt nach 8 Minuten und 26 Sekunden wurde der First Crack erreicht. Nach genau 9 Minuten und 31 Sekunden hat die Maschine 210 Grad erreicht und ich werde die Röstung jetzt beenden und vielleicht ins Vorheizen für die nächste Rüstung gehen. Nach exakt 4 Minuten hat sich die Maschine wieder auf 310 Grad vorgeheizt. Übrigens sind die Bohnen jetzt auch super runtergekühlt. Das heisst, ich kann den Kühler jetzt auch ausschalten und kann jetzt nach 4 Minuten in die nächste Rüstung gehen. Jetzt wird es spannend, denn jetzt ist der R2 Pro an der Reihe und den werde ich jetzt auch vorheizen auf 310 Grad Celsius. Wir sind jetzt seit drei Minuten am Vorheizen und der IBTS ist bei 125 Grad Celsius. Wir sind jetzt 6 Minuten und 8 Sekunden am Vorheizen und der IBTS ist jetzt bei ungefähr 200 Grad Celsius. Nach 12 Minuten und 50 Sekunden hat der R2 Pro die Vorheiztemperatur von 310 Grad erreicht, aber auch hier warten wir noch, bis das Charge-Signal kommt. Nach 13 Minuten und 30 Sekunden ist die Maschine bereits zum Röstel, also das heisst, hier geht der ganze Vorheizprozess doch deutlich schneller. Die Bohnen sind jetzt drin und wie gesagt, ich röste mit der gleichen Sänen, mit der gleichen Stromgeschwindigkeit, aber mit voller Leistung von P410. Nach 2,5 Minuten ist die Maschine mit dem IBTS bei 125 Grad und mit der BINFROVE bei 110 Grad. Nach 5 Minuten sind wir bei 172 Grad IBTS und 169 Grad in Probe. Nach 6 Minuten und 55 Sekunden wurden die 200 Grad Celsius erreicht und auch der First Crack ist direkt bei dieser Temperatur angebrochen. Und nun nach 7 Minuten und 35 Sekunden sind wir bei der 210 Grad angelangt. Und nur noch 2 Minuten 45 ist die Maschine bereit für die nächste Rüstung. So, der Test ist durch und wir haben die Ergebnisse hier. Ich habe sie auch nochmals aus dem System gezogen, damit sie sicher richtig sind. Also beim Vorheizen hat der R1 V2 27 Minuten und 40 Sekunden gebraucht, bis er die 310 Grad erreicht hat und dann wirklich auch stabil war, damit man ins Rösten gehen konnte. Der R2 Pro hat 13 Minuten und 30 Sekunden gebraucht, bis es bereit war zum Rösten. Also hier 14 Minuten schneller mit der neuen Maschine. Dann die Rüstung selber. Der R1 V2 hat bis 200 Grad IBTS 8 Minuten und 3 Sekunden gebraucht. Und der R2 Pro hat für die 1,2 Kilo, also für die grössere Menge, nur 6 Minuten und 55 Minuten gebraucht. Also war ungefähr 1 Minute und 30 Sekunden schneller als der R1 V2. Bis dann die 210 Grad IBTS erreicht wurden, hat der R1 V2 9 Minuten und 31 Sekunden gebraucht. Und der R2 Pro 7 Minuten und 35 Sekunden, also war ungefähr 2 Minuten schneller, bis die Röstung beendet war. Und dann die Zeit zwischen den beiden Röstungen. Hier hatte der R1 V2 4 Minuten und auch hier war der R2 Pro schneller und war dann in 2 Minuten 45 bereit für die nächste Röstung. Also alles in allem siehst du, dass du nächst der grösseren Menge beim R2 Pro doch auch deutlich schnellere Zeiten beim Vorheizen, beim Rösten und auch mit Win-the-Batch hinbringst, sodass du insgesamt den Output deutlich erhöhen kannst, was natürlich genau dann relevant ist, wenn du mit der Maschine Produktionsrüstung machst. Ich hoffe, dieses Video hat dir Freude gemacht und hat dir geholfen. Es hat dir mehr Klarheit darüber gegeben, wie sich die beiden Maschinen im Detail unterscheiden. Falls dich die Funktionen der beiden Maschinen interessieren und wie sie sich hier unterscheiden, dann schau dir das Video an, das wir vor ein paar Wochen gemacht haben. Falls du dich dafür interessierst, eine Maschine zu kaufen oder noch spezifische Informationen hast, dann komm immer sehr gerne auf mich zu. Du findest meinen Kontakt und auch ganz viele Informationen zu der Maschine